Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen in noch einen Sephora Adventskalender reingucken. Die machen so ein bisschen einen auf Douglas, Leute. Und zwar ist es der The Future is Yours Adventskalender für 49,99 Euro. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, das ist jetzt der dritte, den ich auspacke von Sephora, oder? Und das müsste der günstigste sein. Ich glaube, der soll halt auch wirklich eher so die jüngere Zielgruppe ansprechen. Wir haben hier einen Boxen-Adentskalender. Tada! Der sieht auch sehr fancy aus. Hier sind die Produkte abgebildet. Das lege ich mir hier mal spickweise hin. Und das Ganze ist sehr labberig. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich den wirklich im Hintergrund hinstellen kann oder ob ich den besser vor mich hinstelle. Aber wir schauen mal zusammen rein. Es befinden sich Produkte aus der Sephora Eigenmarkenkollektion hier drin. Und dann fangen wir doch mal mit der Nummer 1 an. Und hier habe ich eine Mascara-Miniatur drin. Big by Definition. Das ist eine Mascara mit 5ml. Das ist diese hier. Ich blende euch neben mir mal das Bürstchen ein. Denn ich habe die schon geöffnet. Die müsste... Oder? Warte mal. Ne, ich habe sie hier. Die kann ich euch dann mal zeigen. Das dürfte nämlich ja genau so ein Faserbürstchen sein. Und so schaut die aus. Ich bin sehr gespannt, wie diese funktionieren wird. Und ich finde es schon mal gut, wenn Adventskalender mit einer Mascara startet. Also meine bleibt bei mir. Und finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Ja, sehr instabil das Ganze. Take care of your skin mit der Nummer 2. Hydrating Cleansing Wipes. Also damit sollte man sich wirklich nicht abschminken. Was ich damit mache, ist Swatches zu entfernen. Aber abschminken mache ich nicht. 10 Stück haben wir hier drin enthalten. Und so schaut das Ganze aus. Warum man sich damit nicht abschminken sollte? Nun, zum einen kriegst du wirklich nicht alles komplett damit runter. Und du schrubbelst halt schon sehr auf deinem Gesicht rum. Deswegen bin ich halt eher so ein Fan von Double Cleansing. Das ist mehr so mein Vibe. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Als ich jung und knusprig war, da habe ich auch noch tatsächlich ganz normal Cleansing Wipes genommen, um mich abzuschminken. Aber meine Haut... Ja, man hat es meiner Haut angesehen, um es mal so zu sagen. Weil ich eine sehr sensible Haut habe. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier haben wir einen Klarlack drin enthalten. Sowas kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. 5 Milliliter, ne? Kann man sich als Topcoat sonst drüber machen. Oder einfach nur so auf die Nägel. Ihr seht, ich muss meine Nägel machen. Und ja, sie sehen übel aus, meine Hände generell. Weil ich ja so viele Adventskalender auspacke. Also ich habe hier noch so viele stehen. So viele kommen auch noch demnächst zu mir. Und so viele sind auch schon abgedreht. Und müssen nur noch hochgeladen werden. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Hier haben wir die Nummer 4. Me Time. Oh ja, ich mag so gerne die Masken von Sephora. Die haben ganz, ganz tolle. Und das sind Augenpatches mit Gurke, Cucumber. Das ist ja auch geil. So schauen die jetzt einmal aus. Und die sind super, super dünn und nass. Und pflegen. Und Feuchtigkeit spenden mag ich sehr, sehr gerne leiden. Das gibt halt einen Sofort-Effekt. Aber halt nicht so einen langfristigen Effekt. Wie wenn du jetzt so super hochpreisige dir holen würdest oder so. Aber ich finde es schon eine schöne Sache. Ja, genau. Also wenn ich für ein Event oder so Augenpatches verwende. Oder keine Ahnung, irgendwie. Wenn ich einfach merke, ich brauche richtig viel Liebe im Gesicht. Verwende ich die zum Beispiel von Dalton. Und da könnt ihr, glaube ich, auch mit Spa-Claudi aktuell noch 25% Rabatt auf alles bekommen. Und ich glaube auch auf den Adventskalender noch aktuell 20 Euro. Das geht ohne Code. Dazu setze ich euch den Link mal in die Infobox. Also über den Link könnt ihr dann den Adventskalender bestellen. Bekommt ihr 20 Euro günstiger. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch noch das ein oder andere Produkt mit in den Warenkorb packen. Und auf die weiteren Produkte bekommt ihr, wenn ihr dann den Code Spa-Claudi eingebt, nochmal 25% Rabatt. Und ja, genau. Und ich bekomme dann auch eine kleine Provision, wenn ihr mögt. Alles in der Infobox verlinkt. Schaut super einfach gerne mal unten drin vorbei. Und da würde ich euch dann natürlich empfehlen, die Augenpatches mal auszuprobieren. Und wenn ihr mögt, auch super gerne den Ampullensprüher. Den könnt ihr nämlich auch super in Kombination mit dem Adventskalender verwenden. Denn dann könnt ihr manche Produkte, die da drin sind, über drei Tage verwenden. So, jetzt habe ich den Tag von Nikolaus, die Nummer 5. Und hier haben wir eine Creme drin. All Day Hydrator Hydrate & Glow. Das sind 10 Milliliter. Und das ist eine Tagescreme von der Sephora Eigenmarke, die dann halt auch mit Hyaluronsäure Feuchtigkeit spenden soll und gleichzeitig ein Glow verleihen soll. Aber wir sehen jetzt hier wirklich, das sind Produkte, die auch durchaus sehr, sehr gut Teenager verwenden können. Also das vielleicht als kleine Idee bislang auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der Nikolaus uns so bereithält. Oh, ein Lip Liner. Das ist jetzt eine kleine Größe davon. 0,025 Unzen. Classic Red. Ja. Das ist, ja, ein Lip Liner. Kann man super verwenden. Und die von Sephora von der Eigenmarke sind auch sehr, sehr gut. Das ist eine aus Holz zum Anspitzen. Das Ganze ist dann auch relativ hygienisch, ne? Weil du dann auch immer die, was auch immer da noch dran ist, schön mit abspitzen kannst. Und ich bin halt eher ein Fan von hochdrehbaren, weil ich die ja auch nur für mich verwende und dann halt auch jetzt so in dieser Zeit aktuell zum Beispiel exzessiv verwende. Wobei ich jetzt aktuell auch einen in Anwendung habe, der zum Anspitzen ist. Der 7. Dezember hat so ein Blümchen über die Ecke dran. Cottonflower. Das ist ein Duschgel. Bubble Bath & Shower Gel. 7,9 Milliliter. Das ist halt eine Probe. Ich finde sowas ein bisschen praktisch zum Verreisen. Aber für zu Hause ist es manchmal so, hm, liegt bei mir meistens dann in der Schublade und wird nicht so wirklich verwendet, was ich schade finde. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und die fühlt sich sehr leicht an. Vielleicht haben wir hier wieder was Maskenmäßiges drin. Nein, richtig cool. Die Sephora-Schwämmchen sind richtig gut. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und das ist jetzt hier so ein Orangener. Und der ist auch schön fluffig und so. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch gar nicht mehr so diese ultra harten Schwämmchen, weil die Firmen auch verstanden haben, dass die auch gar nicht so gut ankommen, ne? Also finde ich gut. In der Nummer 9 dürfen wir uns darüber freuen, dass ein Auge uns anstarrt. Und es ist ein Typchen drin enthalten. Das ist Prebiotics Clean Skin Gel. Cleanse and Tone Face, Eyes, Neck, also Hals, Dekolleté und Augen. 15 Milliliter sind hier drin. Sehr, 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 sehr gut. Gesichtsreinigung ist der erste Schritt von Gesichtspflege. Und es ist unglaublich wichtig, das auch wirklich zu machen. In der Nummer 10 darf es mit so einem Gua-Sha-Stein weitergehen. Das ist aber kein Stein, glaube ich. Wenn, dann ist es vielleicht Glas, aber ich glaube, dass es eher ganz hartes Plastik ist. Ja. Damit kann man halt sein Gesichtsöl und Serum gut einarbeiten oder so Maskenreste, ne? Und man macht damit halt so eine Art Lymphdrüsenmassage, was die Haut dann ja auch noch irgendwie mehr zum Glow bringen soll. Keine Ahnung, weil die ganzen Lymphen dann auch irgendwie aktiviert werden und alles Ekelkram abtransportieren können. Gar keine Ahnung. Aber, also ich verwende tatsächlich einen Gua-Sha-Stein. Dann nehme ich den von Maxim, den er in seinem Shop hat. Und das ist aber auch ein richtiger Gua-Sha, ne? Also kein Plastik. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, fühlt sich an, als wäre sie leer. Ist sie hoffentlich nicht. Nein. Wir haben hier, es ist ein Adventskalender wirklich für Jüngere. Ein, ähm, Aktivkohle-Blackhead-Remover, also hier so, so gegen Mitesser, schaut so aus. Und damit soll man sich halt wirklich so richtig alles aus den Foren an der Nase rausziehen, wenn du da so richtig schöne schwarze Punkte hast. Nom, nom. Ne? Nom. Halbzeit, die Nummer 12. Oh ja, das ist auch eine schöne Nagellackfarbe, muss ich wirklich sagen, ähm, für den Alltag, ne? Fünf Milliliter sind hier drin. Das ist ein wunderschönes Rosé und ich glaube, dass das auch wirklich sehr gefällig ist. Also viele mögen das, das ist halt nicht so super auffällig. Ich habe normalerweise kunterbunte Nägel, die werde ich mir heute Abend auch noch machen. Die Nummer 13. Hier haben wir wieder so ein Duschprodukt drin mit Monoi und zwar, äh, auch wieder mit 7,9 Milliliter für Bad und Dusche. Ja, ne? Kann man machen und ist einfach mal eine schöne Sache, um das auszutesten. Ich bin mir gar nicht sicher, haben die wirklich auch diese Produkte als Full-Sizes im Sortiment? Habe ich nämlich so noch gar nicht gesehen. Good Vibes Only mit der Nummer 14. Oh ja, hier haben wir dann auch etwas drin, was ich so geil finde mit Matcha-Tee. Ja, geil. Ähm, ja. Die ist übrigens kompostierbar. Mattifying and Clarifying. Das ist eine Gesichtsmaske. Und Leute, ich kann es euch wirklich nochmal sagen. Die Masken von Sephora sind sehr, sehr gut. Die sind sehr dünn, sehr nass, sehr pflegend. Und, äh, hier haben wir dann halt eine klärende Sache, die ich mir sehr gut auch jetzt auch vorstellen könnte, weil ich habe hier so eine Mr. Fred-Ausflugs-Familie aufgrund von, ähm, Erdbeerwoche. Und ich glaube, die werde ich mir heute Abend mal gönnen. Die Nummer 15. Red Lips Every Day. Oh, wir haben jetzt hier das passende Liquid Lipstick-Produkt für unseren Lip Liner. Ähm, jo, das ist die Farbe Nummer 01. Fünf Milliliter. Ich glaube, das ist auch eine Full Size. Und, äh, das ist halt so ein richtiger Cream Lip Stain. Also wirklich Liquid Lipstick, der langanhalten sein soll. Finde ich schön. Das passt halt auch zu einem Adventskalender, weil da sind rote Lippen, rote Nägel, alles in Rot und Gold richtig angesagt. Das mag ich. Der 16. Dezember. Ui, ja, hier haben wir einen Mini-Handspiegel drin. Das ist schon sehr, sehr klein. Ne? Also perfekt für eine Handtasche. Perfekt, um ihn vielleicht auch in eine Geldbörse oder irgendwie in einen Faulenzer zu packen. Aber, ja, ist halt schon sehr, sehr klein. Also mich damit zu schminken, wäre jetzt ein bisschen crazy. Aber für unterwegs, um nochmal so ein bisschen zu checken, sitzt der Lippenstift, sitzt das Augen-Make-up, hat die Mascara abgestempelt. Ist es okay. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier den 17. Dezember. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben hier eine Lippenmaske mit dabei, mit Kirsche. Und, ja, ich sage zwar immer, Lippenmasken, oder ich sage es immer wieder, Lippenmasken brauchst du jetzt nicht so unbedingt. Da kannst du dir auch dick irgendwie Lippenpflege drauf machen. Aber ich habe wirklich jetzt immer mehr, auch gerade in der Zeit, wo ich jetzt Adventskalender-Unboxings mache oder im Hochsommer zum Beispiel, solche Produkte lieben gelernt, weil die sehr, sehr effizient sind. Und einfach nochmal so diesen extra Pflege-Step geben, ne? Und die hier hält auch wirklich richtig gut. Die rutscht nicht oder sonst irgendwas flappt auch nicht weg. Sehr geil. Der 18. Dezember. So, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Oh, ein Scrunchie. Mhm. Ja, sieht ganz süß aus. Also, das ist so orange-rosa-kariert, ne? Und Scrunchies verwende ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich immer häufiger. Ich habe jetzt hier auch gerade eins liegen, was ich mir eben erst aus den Haaren rausgemacht habe. Also, ist okay, ne? Ich glaube, dass viele das auch von der Farbe her ganz nice finden werden. Also, von daher. Doch, das passt. Das ist ein Füllprodukt, was ich okay finde. Die Nummer 19. Du kannst hier übrigens auch immer irgendwie eine Überraschung bekommen. Wahrscheinlich sind da auch irgendwelche Codes oder so dann versteckt in der Adventszeit. Ja, der klassische rote Nagellack mit 5ml darf natürlich auch nicht fehlen. Es passt. Und ich hätte den auch wirklich in diesem Adventskalender erwartet. Es ist jetzt der dritte Nagellack, weswegen ich sagen würde, noch ein Nagellack fände ich jetzt nicht so cool. Die Nummer 20 eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Und hier haben wir gleich zwei Nagelfeilen drin. Das ist schon wieder cool. Die sind ein bisschen kleiner, aber wir haben hier zwei Stück drin. Das finde ich okay. Es ist jetzt wirklich Füllprodukt auf Nagellack auf Füllprodukt, ne? Das ist jetzt nicht so mega fancy, aber immerhin sind es zwei Nagelfeilen. Die Nummer 21. Oh, ich sehe hier was mit Kaffee. Also mit Kaffee. Ah, ja. Es sind jetzt die zweiten Eyepatches, aber es ist okay. Smoothing and Energizing. Das sind diese Koffeinaugenpatches. Und das finde ich großartig. Kann man tatsächlich auch, glaube ich, kurz vor Weihnachten ganz gut gebrauchen, weil da ist man ja auch im Endspurt, ne? Sowohl was die Schüler und Schülerinnen angeht, aber auch die arbeitende Bevölkerung, also uns Erwachsene quasi. Da geht es halt wirklich nochmal so richtig zur Sache, dass man da nochmal richtig Gas geben muss. Und deswegen kann man dann auch solche Kaffeeaugenpatches sehr gut gebrauchen, glaube ich. Die Nummer 22. Hier haben wir ein sehr, sehr kleines Tübchen drin. Und zwar ist es eine Augencreme, ne? Hätten sie vielleicht ein bisschen anders sortieren können, dass du nicht Auge auf Auge hast. Brightening Eye Cream mit Hyaluron-Säure. 5ml haben wir hier drin. Also eine schöne Größe, um das mal auszuprobieren. Und ich glaube auch 5ml Augencreme. Da kommt es schon eine Weile mit aus, ne? Also finde ich gut. Mag ich gerne leiden. Und passt auch tatsächlich in den Adventskalender. Die beiden Produkte lassen jetzt nicht so mehr unbedingt vermuten, dass wir hier einen Adventskalender halt für einen klassischen Teenager oder so haben, ne? Aber, ja, wir gucken mal weiter. Ein Tag vor Heiligabend. Das fühlt sich auch schon wieder sehr, sehr, sehr leer an. Shine Baby Shine. Okay. Okay. Ne, das finde ich nicht cool. Also, ja, ich weiß nicht. Ist das für die Nägel? Ich kann ja hier mal drauf gucken. Ähm, Face and Nails Dress. Also das kannst du sowohl fürs Gesicht als auch für die Nägel verwenden. Ähm, für die Nägel wäre es mir, glaube ich, ein bisschen zu uneben, weil das sind halt wirkliche Hubbels. Und fürs Gesicht, da musst du auf jeden Fall zusehen, dass du das mit Wimpernkleber festmachst, ne? Dann hält das auch im Gesicht ein bisschen besser. Vielleicht hier so in den Innenwinkel. Da sieht das immer ganz witzig aus. Oder wenn man hier so sein Eyeliner verlängert und dann hier noch so drei Pünktchen hinmacht oder so. Und tatsächlich, ja, Heiligabend kann ich mir das gut vorstellen. Und da bin ich halt auch wirklich sehr, sehr gespannt, weil wir haben ja schon eine Mascara drin gehabt. Aber das, die hört sich wie eine Mascara an. Ne, das haben die jetzt... Hm. Okay, die haben in die 24 einen, ähm, 12 Hours Colorful Crayon Contour You, also einen Kajal reingemacht, ne? In Waterproof. Das dürfte aber auch eine, ähm, Full Size mit 1,3 Gramm sein. Also das hätte ich jetzt nicht so unbedingt in der 24 gesehen. Ne, so ein Ding, was du auch so anspitzen kannst. Ist aus Plastik, aber kannst halt anspitzen. Ne, da hätten sie besser, ähm, keine Ahnung, den in der 1 machen können und dafür dann eine Full Size Mascara in der 24. Das hätte ein bisschen besser funktioniert, finde ich. Also bei Sephora muss ich ganz ehrlich sagen, ich wundere mich immer wieder, wenn ich, ähm, die Videos schneide und dann die Preise raussuche, wie hochpreisig die Produkte dann doch sind und, ähm, wie hoch dann auch der Gesamtwert ist. Also man hat hier schöne Produkte drin für dekorative Kosmetik, ein bisschen was für Pflege. Es sind halt schon sehr basic Sachen, also Sachen, die man auch in einem solchen Adventskalender erwarten würde. Aber du hast jetzt nicht irgendwie 5 Lippenstifte oder 10 Nagellacke hier drin, was ich persönlich gut finde. Süß wäre es gewesen, in der 24 vielleicht eine kleine, ein kleines Quattro drin zu haben, weil ich finde 49,99 auch gar nicht mal so super günstig. Weil klar, alle Adventskalender sind ganz schön teuer, aber es wäre schon schön, wenn in so einem Adventskalender das Ganze halt, ähm, sich weniger wie, wir packen hier die eher günstigen Produkte von Sephora rein und mehr wie, wir möchten einem Teenager was Gutes tun anfühlt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob Jugendliche so darauf abfahren, relativ viel Pflege drin zu haben. Da hätte man vielleicht tatsächlich eher noch ein paar mehr Körperpflegeprodukte auch mit reinmachen können und dafür vielleicht eine Augenmaske weniger oder so. Aber trotzdem, also ich finde den Adventskalender Inhalt an und für sich schön, ne? Ihr könnt mir aber auch gerne mal eure Meinung zu dem Adventskalender in die Kommentare schreiben, da können wir uns gerne mal austauschen. Ansonsten habe ich den Link zum Adventskalender in die Infobox gesetzt. Und ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.